In diesem Video gebe ich dir 5 Tipps, die dir das Leben erleichtern, wenn du nach Italien fliegst. Damit wird dein Flug angenehmer und auch sicherer. Dies ist mit der wichtigste Tipp, du solltest vorher unbedingt am Flugplatz anrufen. Als wir begannen, nach Italien zu fliegen, haben wir das eher selten oder gar nicht gemacht. Und so kam es vor, dass der Flugplatz aus irgendeinem Grund geschlossen war. Einmal flogen wir im Herbst nach Turin. Da der Flugplatz keine Flugzeuge mehr erwartete, hatte er beschlossen, früher zu schließen. Der FIS-Controller von Milano Information war so freundlich, uns das mitzuteilen. Und so konnten wir direkt in der Luft den Flug zu unserem Ausweichflugplatz planen. Ein anderes Mal stellten wir nach der Landung fest, dass die Pumpe der Zapfsäule leider nicht funktionierte. Und so konnten wir nicht wie geplant nachtanken. Das kann schon mal sehr ärgerlich oder gar knapp werden. Je nach Flugplatz könnt ihr beim lokalen Fliegerverein den Besitzer bzw. den Betreiber des Flugplatzes anrufen. Leider ist es mit dem Anrufen nicht immer so einfach, da die Angerufenen oftmals kein Englisch sprechen oder sich schwer damit tun. Ich bin in der glücklichen Lage, dass mein Mitflieger und Navigator perfekt Italienisch spricht, auch wenn er behauptet, nur ein paar Brocken zu sprechen. Das hilft ungemein, die notwendigen Informationen einzuholen und hat schon so manche Tür geöffnet. Ihr könnt stattdessen auch versuchen, eine Mail oder WhatsApp zu schreiben. Wichtig ist jedoch, die notwendigen Informationen einzuholen bzw. zu bestätigen, bevor ihr losfliegt. Hier blende ich mal unsere Checkliste ein. Das sind die Fragen, die wir mit dem Flugplatz klären, wenn wir anrufen. Eigentlich sollte es auch in Deutschland selbstverständlich sein, doch gerade im Ausland wird es noch wichtiger. Aufgrund der Sprachunterschiede solltet ihr darauf achten, langsam und deutlich zu sprechen. Insbesondere der erste Funkspruch mit der Kennung sollte besonders langsam gesprochen werden, damit der Controller die Zeit hat, eure Kennung aufzunehmen. Das langsame Sprechen fällt mir persönlich besonders in stressigen Situationen schwer. Wenn die FIS-Frequenz gerade besonders voll ist, bin ich froh, wenn ich überhaupt zu Wort komme. Und dann möchte ich meine Informationen besonders schnell an den Controller bringen. Ähnlich ist es für mich, wenn wir auf einer professionellen Frequenz sind, zum Beispiel einem Approach zu einem frequentierten Flughafen. Auch da möchte ich die Frequenz möglichst wenig belassen und beginne dann schneller und oftmals auch undeutlicher zu sprechen. Doch das ist genau genommen kontraproduktiv, weil die Nachfragen bzw. die Korrektur möglicherweise noch mehr Zeit benötigen. Also lieber gleich ruhig und dennoch flüssig reden. Es kann helfen, sich vorher die Informationen zurechtzulegen, die man dem Controller sagen möchte. Der Notizblock von Skydammen oder ein ähnliches Tool ist dafür bestens geeignet. Je kleiner der Flugplatz, umso wahrscheinlicher ist es, dass euch keiner auf dem Funk antwortet. Dies ist am Anfang eher ungewohnt, wenn man vorher nur in Deutschland geflogen ist. Viele Flugplätze haben sehr unregelmäßige Öffnungszeiten, weil sie teilweise ehrenamtlich betrieben werden. Andere Flugplätze haben private Besitzer, die vielleicht nur an ihrem Wochenende oder am Feierabend Zeit für den Funkbetrieb haben. Auf größeren Flugplätzen oder Avio Superfeature sind teilweise Rettungshubschrauber samt Feuerwehr stationiert. Und diese haben keine Berechtigung zu funken. So wurde es uns zumindest erklärt. Das heißt, sie hören euch zwar, werden euch aber nicht antworten. Am Ende heißt das, dass ihr keine Windinformationen bekommt und auch nicht wisst, was sonst noch auf dem Flugplatz los ist. Wie geht man nun damit um? Mag vielleicht selbstverständlich klingen, ist jedoch am Anfang ungewohnt. Ganz einfach, sauber kommunizieren und Blindmeldungen absetzen. Wenn das alle tun, weiß jeder, wo der andere ist und kann sich dementsprechend darauf einstellen. Man kann damit schon 10 Minuten vor dem Erreichen des Platzes beginnen. Auch wenn es da durchaus noch sein kann, dass man euch nicht hört. Viele Flugplatzbetreiber laufen mit Handfunkgeräten über den Platz und deren Reichweite ist sehr begrenzt. Einfach alle paar Minuten wiederholt reinfunken, vielleicht antwortet euch jemand. Spätestens 5 Minuten vor dem Platz gehe ich dazu über, reine Blind Calls abzugeben. Damit können sich die anderen Piloten schon auf euch einstellen. Dabei solltet ihr natürlich immer beachten, ob man euch überhaupt hören kann. Wenn ihr noch im Nachbartal unterwegs seid, werdet ihr von den Bergen abgeschattet. Dennoch kann es durchaus sinnvoll sein, weil euch vielleicht abfliegende Piloten hören und man kann sich besser gegenseitig erkennen. Wenn uns jemand geantwortet hat, haben wir manchmal erlebt, dass für uns von Italienisch auf Englisch umgestellt wurde, was sehr zuvorkommend war. In anderen Fällen wurden unsere Funksprüche ins Italienisch übersetzt. Wichtig ist jedoch nur, dass alle Beteiligten gegenseitig wissen, wo man ist, um die Situation der Awareness aufrecht zu halten. Und natürlich hilft es, die Augen offen zu halten. Selbstverständlich müsst ihr einen Flugplan aufgeben, wenn ihr nach Italien fliegt oder zurück nach Deutschland. Wenn ihr innerhalb von Italien fliegt, ist es nicht notwendig, einen Flugplan aufzugeben. Wir geben jedoch immer einen Flugplan auf, auch dann, wenn wir nur in Italien fliegen oder der Flug recht kurz ist. Wir hatten oftmals das Gefühl, dass wir eher Freigaben für Lufträume oder tiefe Überflüge bekommen haben, weil wir einen Flugplan aufgegeben hatten. Und wir werden auch nicht so häufig nach dem Routing gefragt. Es ist sinnvoll, direkt beim ersten Funkspruch darauf hinzuweisen, dass man mit Flugplan fliegt. Dann kann der Controller alle notwendigen Informationen, zum Beispiel die Routen, nachschauen. Zwischen Deutschland und Italien liegen bekanntlich Berge, die Alpen. Und die müssen überflogen werden. Natürlich könnt ihr das Brennertal lang fliegen oder jedes andere beliebige Tal. Denn fliegt ihr wahrscheinlich in einer Höhe, in der ihr keinen Sauerstoff braucht. Doch wenn in den Tälern Nebel hängt, müsst ihr vielleicht höher fliegen. Und ganz ehrlich, es ist auch viel cooler, höher zu fliegen. Und ich meine das nicht nur, wenn man mit den Großen auf der Frequenz von Innsbruck Approach ist. Wenn ihr Sauerstoff dabei habt, seid ihr viel flexibler und vielleicht sogar sicherer, weil ihr den Bergen nach oben ausweichen könnt, wenn das notwendig ist. Welches Sauerstoffsystem wir verwenden, erkläre ich später in einem separaten Video. Wichtig ist, mit dem System bleibt die Sauerstoffsättigung im Blut bei über 90%. Damit die Werte erst gar nicht in den Keller gehen, schalten wir das System bereits ab ca. 8000 Fuß ein. Wenn dir diese Tipps weitergeholfen haben, hast du die Möglichkeit, weitere Videos zu italienischen Flugplätzen zu schauen. Ich würde mich auch freuen, wenn du den Kanal abonnierst oder ein Like dalässt. Vielen Dank! Vielen Dank!